Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 24. November 2022. Eine neue Art von Laufband ermöglicht das Training daheim und verweist die Konkurrenz auf die Plätze. Das brandneue Paintboy-Laufband eignet sich perfekt für alle Laufbegeisterten. Einstellungen zu Distanz und Tempo können getrost Paintboy überlassen werden und ein fantastisches Training ist euch sicher. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich habe mir schon gedacht, dass es so enden würde. Filmt da wer mit einer versteckten Kamera? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Kidsboy Kinder. Der 24. November war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.